In diesem Video wollen wir die Substitutionsregel nutzen, um Integrale auszurechnen. Und die Substitutionsregel, dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Umkehrung der Kettenregel. Der Integrant in einem Integral, das man mit Substitutionen löst, ist von der Form, wir haben eine äußere Funktion f verkettet mit einer inneren Funktion g und dann wird aber noch das Ganze multipliziert von außen mit der Ableitung der inneren Funktion mit g'. Und das ist ja auch das Typische, was wir bei der Kettenregel bekommen. So, wir schauen jetzt ein Beispiel an für die Substitution. Und zwar wollen wir das Integral x mal dritte Wurzel aus 1 plus x² betrachten. Also schauen wir uns den Integranten mal an. Da haben wir x mal dritte Wurzel von einer Funktion stehen. Und wenn man jetzt scharf hinsieht, sieht man, dass das, was unter der Wurzel steht, das 1 plus x², wenn ich das ableite, kriege ich fast das, was von außen an die dritte Wurzel heran multipliziert wird. Also das ist unser Tipp, was wir erwarten, was die Funktion f und was die Funktion g sein wird. Das wird höchstwahrscheinlich sein, dass die Funktion f die dritte Wurzel von x ist. Das ist die äußere Funktion. Und dann das g, die innere Funktion, das wird dann das sein, was in der Wurzel steht. Also 1 plus x². So, und dann müssen wir uns die Ableitung von dem g anschauen. Das ist ja leicht ausgerechnet. Da kommt gerade 2x heraus. Okay, das heißt, wir haben jetzt das f, das g und das g' und könnten jetzt einfach oben nach der Substitutionsformel gehen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Stammfunktion von der dritten Wurzel, um die Formel oben anzuwenden. Bevor wir das machen, schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen anders an, indem wir dieses g' von x umschreiben. Das wird nachher nützlich sein, wenn wir später andere Substitutionen machen wollen. Also das g', das kann ich ja nach der letzten Vorlesung auch schreiben als dg nach dx. Das ist ja eine andere Schreibweise für die Ableitung. Das heißt, dg nach dx ist 2x. Und was man jetzt tut, wir tun jetzt einfach so, als ob wir das dx wie mit einer Zahl durchmultiplizieren können. Das heißt, wir haben dann einfach dg ist gleich 2x mal dx. Also wir tun so, als ob das dx einfach eine Zahl wäre und kriegen dann etwas heraus, was uns beschreibt, was das dg ist. So, und jetzt haben wir oben im Integral x mal dx. Und das steht ja auch fast auf der rechten Seite bis auf die mal 2. Und wir wollen das x mal dx im oberen Integral, würden wir gerne durch das dg ersetzen. Wir haben die dritte Wurzel da, die wird stehen bleiben und das, was unter der dritten Wurzel ist, das können wir durch g ersetzen. So, das heißt, wenn wir das Ganze umschreiben wollen, müssen wir jetzt irgendwie das x mal dx durch dg ersetzen. Also wir haben oben im Integral x mal dx stehen. Unten wissen wir, dass dg gleich 2x mal dx ist. Ja, und diese 2, die können wir auch noch auf die andere Seite bringen. Das heißt, wir wollen jetzt dieses x mal dx, was wir oben im Integral stehen haben, wollen wir durch einen Ausdruck in dg ersetzen. Und das heißt, wir teilen einfach durch 2 und finden dann heraus, dass x mal dx, dasselbe ist wie ein halb dg. Und jetzt haben wir alles zusammen, um oben im Integral zu substituieren. Ja. So, wir substituieren mit g ist gleich 1 plus x². Häufig lässt man bei den Funktionen das von x weg. Wir schreiben also nur g ist gleich 1 plus x² und nicht g von x. Ja, und tun so, als ob g unsere neue Variable wäre. Das heißt, was wir bekommen, ist jetzt nach Substitution, wir haben dritte Wurzel von g. Und das, was außen stand, das x mal dx, das wird gerade durch ein halb dg ersetzt. Ja, und was diese Notation heißt, wir können die ein halb jetzt erstmal vor das Integral ziehen. Das ist ja eine Konstante. Das heißt, wir wollen dritte Wurzel von g nach g integrieren. Also das g wird unsere neue Integrationsvariable. So, und da machen wir eine kleine Nebenrechnung. Wir müssen jetzt also die Stammfunktion von der dritte Wurzelfunktion finden. Und wir wissen ja aus der Mathe 1, wie sich diese Wurzelfunktionen bei Ableitungen verhalten. Das heißt, wir können g hoch vier Drittel mal einfach ableiten. Und was dabei herauskommt, ist vier Drittel mal g hoch ein Drittel. Und g hoch ein Drittel, das war ja nur ein anderer Name für dritte Wurzel von g. So, und das haben wir da. Das heißt, das, was wir jetzt in dieser Nebenrechnung herausgefunden haben, das würden wir jetzt gerne anwenden. Also wir haben fast bis auf einen konstanten Vorfaktor eine Stammfunktion für die dritte Wurzel von g gefunden. Das heißt, wenn wir oben einsetzen, diese Nebenrechnung, gekommen ist ein Halbmal. Jetzt haben wir die Stammfunktion der dritten Wurzel von g, also das g hoch vier Drittel. Aber natürlich wollten wir g hoch ein Drittel integrieren und nicht vier Drittel mal g hoch ein Drittel. Das heißt, wir müssen jetzt diese vier Drittel, die wir da unten in der Nebenrechnung noch haben, die müssen wir wieder gut machen, indem wir da mit einem geeigneten Vorfaktor durch multiplizieren. So, das heißt, um die vier Drittel wieder gut zu machen, die wir da unten stehen haben, müssen wir das Ganze oben noch multiplizieren mit dem Kehrwert von dem Bruch, also mit drei Viertel. Das macht genau, wenn wir ableiten würden, die vier Drittel, die wir unten in der Nebenrechnung bekommen haben, wieder wett. So, und weil wir kein Integral mehr dabei haben, kommt jetzt noch die Integrationskonstante daran. Das Ganze können wir ein bisschen gefälliger schreiben als drei Achtel mal g hoch vier Drittel plus c. Jetzt müssen wir noch einen weiteren Schritt ausführen. Wir wollten ja das Integral bezüglich x lösen und nicht bezüglich g. Um das Integral bezüglich x zu bekommen, müssen wir rücksubstituieren. Das heißt, wir müssen das g wieder ersetzen durch den entsprechenden Ausdruck in x. Und wir wissen, g war 1 plus x². Das heißt, das setzen wir jetzt einfach da oben ein. Drei Achtel mal 1 plus x² hoch vier Drittel plus c. Und damit haben wir dann das Integral, also ein Integral von x, aufgelöst. und diese Laura 1 plus buste mit bis zum Schluss. Die여�явungen sind Beverage 1. Bedeutachten weggen. Sto nachbar 1.